Ich mach wieder ein Video mit! Keine! Und regt mich wieder auf! Scheiß vorn, mein Vater! Ich will mich ja so schwer zu kriegen, oder was? Ich kann doch, ich kann einen YouTuber kniffen oder so. Also das Richtige, wenn wir mit Sans tausamen, ich glaube nicht, keine Ahnung wie viele. Halt und der Harz-Beller-Stufe. Ich hab heute ein Video gesehen, wieder. Sechzig wie ich. Und ich bitte. Wie kann die alle sechzig sein oder so? Guck mal! Ich war so season 5 draußen war. Nicht, also nicht online. Und jetzt? Ja. Ja! 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 Ich sayaeryim liberale, imuu nesse anderen auch. Loser. Ich muss recipiel. LÜ already zu Beginnen vorbei. I'm okay。 I'm okay. I'm okay readyeenpensas. I'm okay readye... ich bin ich verarschen guck mal krieg ich diese runde wieder so und krieg ich das von hinten angeschossen alter wegen diesen scheiß okay back back sagen jetzt mal nicht aber scheiß bäume so cool aber so Oh, das ist schon einer. 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 Einmal, nicht mal. Einmal, fünfmal oder zehnmal? Mir doch egal. Egal! Einmal! Zehnmal! Fünf! Fick! Mal! Spielen? Ey! Gamer, Alter! Haltet alle eure Fresse, Junge! Scheiß! Scheiß! Fortnite, Alter! Halt deine Fresse, Fortnite, Junge! Was meint ich? Ich will jetzt raus! Was soll ich machen? Ihr seht, dass wir jetzt nicht laufen, aber ich, ich krieg ja so einen Rauch! Wenn ich schieße, kommt Rauch! Dann seh ich nichts mehr! Gibt's keine Ego-Spektaktive für Freunde? Die stand viel besser! Und jetzt so eine Scheiß... Keine Ahnung, wie die Spektaktive heißt, Alter! Mutterspektive, Alter! Guck mal aufs Leben, Alter! Ich weiß doch nicht mehr wohin! Ich bin irgendwie voll schlecht geworden, in letzter Zeit! Nein, die scheiß Aufgaben, Alter! Weil ich meine Fresse nicht halten kann bei Fortnite! Mann, und hoffentlich wird 7-5 auch verlängert, Alter! Krieg ich wenigstens vielleicht... Ragnaröcki, Alter! Du Rock, Alter! Du richtiger Rock, Alter! Wo geh ich denn jetzt schon wieder hin, Mann? Ja, da wo keine Waffe ist, cool! Mann! Ich kotze mich jetzt in den Maul rein, Alter! Aber weißt du, weil das noch in meinem Maul ist? Ich kotze mich, Alter! Hier, ich bin... Das ist die Scheißkiste! Ich hab' ja gar nicht gesehen! Ich hab' ja gar nicht gesehen! Warum ist der Scheiß Biggie noch nicht gesoffen worden? Guck mal, was ist das? Guck mal, was ist das? Ja, geil! Noch ein Biggie! Die Farm ist mir nicht richtig schlecht. Ich bin halt schlecht mit Farmer. E wanten, die Panzer zu kommen, Ja, jetzt gar nicht, neighbour, Was ist denn? Ich habe einen neuen Rundfraben. Das war's für heute. Ja. Nein! Hä? Okay, stopp. Unkonson, Alter. Richtiger Kuh? Noch einer? Kann ich noch einer kommen? Oder am besten noch einer? Ja. Was ist hier? Was ist das? das ist die du musst herkommen kumpel ich glaube du musst herkommen Bist du schlau Junge alter die Schüssel kommt ich wollte gerade sagen wir schneller ist die Zone was soll man machen wenn 5000 Leute angreifen ich hab kein bock zu sterben man mach doch ich hab nicht immer Zeit ich bin doch eklisch tot hey poida halt dein Maul so fick ich die ins Maul doch ich werde es glaube ich überleben mit 10 AP ok ja na klar ist auch ein bisschen übertrieben pro Sekunde ich krieg noch Fallschaden wenn ich das überlebe dann dann singe ich mal los ich bin doch nicht ah ich bin ja ich bin ja das ist ja Opfer Bänger! Nein oder? Nein oder? Was hab ich denn so glück? Nein oder? Munition, Alter! Es sind immer so viele Farmers unterwegs, Alter! Ey, mir hat gerade mal zugeguckt. Ja, geil, ein Schilder weiß ich noch. Ich kann mir raus verrecken, da ist einfach nur noch Schilder. Nur noch Schilder, Brunner, nur noch Schilder! Ich kann nicht so weiter singen. Na, genau in fünf Sekunden kommt wieder. Von wo, Alter? Verreck! Verreck gegen der Zone, Alter! Verreck! 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 Verlehr! Verreck! aus eine mehr wer ist das? wer ist das? wer ist das? Fick deine Mutter! Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Das war es noch wieder mit dem Video. Fick deine Mutter! Keine Ahnung wer mit dem Video.